Hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch oder guten Tag oder guten Abend, was auch immer. Auf jeden Fall zeige ich euch heute wieder, was ich so futter. Und ich habe schon Frühstück vorbereitet. Das hier wird mein Frühstück sein. Das sind einfach Haferflocken in Wasser eingeweicht mit einem Apfel und rohem Buchweizen drüber her. Das hier ist jetzt mein Mittagessen. Kartoffeln. Und ich habe gerade nicht wirklich viel an Gemüse und ich habe auch keinen Bock, mir irgendwas zu kaufen, weil ich gerade mehr auf Arbeiten fokussiert bin und dass ich was fertig kriege und so. Ja, deswegen gibt es heute Abend irgendwann Gemüse. Und jetzt erst mal noch Kartoffeln, wie ich gerade schon schmecke. So, das hier ist unser Abendessen. Wir haben hier einmal Reis mit Mais und Erbsen und Möhren und Spinat und, habe ich was vergessen? Nö, nö. Nö, haben wir nicht vergessen. Okay, und ein großes Salat mit Kichererbsen und Kidneybohnen und Salatzeugs und so. Und Möhren. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi! Vielen Dank.